Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Serie X-Men 97. Klingt komisch, ist aber so, denn das Ganze ist eine Fortsetzung einer Serie aus den 90ern. Und X-Men, ja klar, da geht es um Marvel, da geht es auch nicht um irgendwelche Superhelden, die sind unter Umständen die mitbeliebtesten des kompletten Universes. Jetzt haben wir endlich eine Fortsetzung von etwas, auf das manch einer gewartet hat, manch einer aber auch nicht und irgendwie bin ich ganz schön gespannt, was wir davon halten können. Wir haben die ersten drei Episoden gesehen, einer Serie, die am 20. März 2024 exklusiv bei Disney Plus aufschlägt. Dort kriegt ihr zu Beginn, das sind Mittwoch, zwei Episoden oder halt eben jede Woche eine neue Episode. Wir haben schon die ersten drei gesehen und machen uns nichts vor, wir spoilen hier schon auch eine Runde. Und wer sind wir eigentlich? Ich bin der Andi, der Typ, der hier gelegentlich Dinge bespricht und ich habe mich mit ins Boot geholt, der nach eigener Aussage circa 1000 X-Men-Comics zu Hause stehen hat. Ich glaube, er ist so eine Art Experte. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hi, ich bin der Christopher und ja, ich würde nicht Experte sagen, aber was sagt du, das ruhig, kein Problem. Bescheiden ist er also auch noch, aber das stimmt schon, oder? Du hast gemeint, du hast eine ganze Menge Comics und insbesondere auch X-Men-Sachen. Du hast mir da auch eine Auswahl an deinen Boards geschickt, also deinen Boxen, die du hast. Erzähl mal, wie sieht deine X-Men-Sammlung aus? Ja, ich versuche halt alle zu kriegen, also auch nicht nur X-Men, sondern X-Force und X-Factor und New Mutants, also alles, wo ein X draufsteht oder drin ist und das halt ab den 60ern hoch. Also ich versuche sie alle zu kriegen und ich habe halt schon, ja, so ungefähr 1000 müssten es mittlerweile sein. Hast du sie auch alle gelesen? Äh, ich habe, äh, alle aktuellen, also ich lese halt quasi die aktuellen immer, wenn sie rauskommen, ähm, aber die alten habe ich bis in die späten 80er bis jetzt geschafft. Also, äh, ich arbeite dran in der Reihenfolge, in der sie erschienen sind. Das kommt doch aber einem Experten schon recht nah. Ich meine, was müsste man machen, um noch mehr zu wissen? Wahrscheinlich müsste man selbst ein X-Man sein oder mal so ein Comic geschrieben haben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so X-Man ist es langsam an der Zeit gewesen, dass die auch ins Marvel Cinematic Universe Einzug halten. Und jetzt gibt es da erste Dinge, die da das eigentlich nur andeuten, also letztlich auch zeigen. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Jetzt ist das Ganze hier aber, glaube ich, nur so halb offiziell Teil des MCUs. Denn eigentlich ist es ja eine Fortsetzung dieser Serie aus den 90ern, die ich natürlich auch in Teilen irgendwie irgendwo gesehen habe. Es war mein erster Zugang zu diesem Team. Wie sieht es bei dir aus? Hast du die Animationsserie damals gesehen, vielleicht sogar aktuell? Was ist da deine Meinung zu? Ich habe die damals auch gesehen, also ich habe die im Fernsehen lief natürlich gesehen und auch dann irgendwann beim Rerun nochmal. Und ich habe sie letztes Jahr erst auf DVD einfach nochmal geguckt. Das war irgendwie, hatte ich Bock. Ja, klar, hat man mal so. Ich habe irgendwann auch vor gar nicht, also gar nicht allzu lange Zeit, wahrscheinlich auch schon wieder zehn Jahre her, habe ich mir irgendwann nochmal diese Spider-Man-Serie besorgt. Damals noch auf DVD und habe dann auch da einiges nachgeholt. Das ist ja alles so ein bisschen so diese Marvel-Animation-Geschichte. Die kommt ja alles aus demselben, ich möchte mal sagen, Studio im weitesten Sinne. Da gab es dann auch Crossover untereinander unter den Serien. Und diese X-Men-Geschichte, das war halt wirklich so mein Zugang zu den X-Men. Mein allererster. Mein Wolverine in meinem Kopf sah genauso aus. Auch Gambit und wie sie nicht alle heißen. Das waren halt genau die auch optisch die Figuren, wie ich sie dort in der Serie gesehen habe. Wie sind denn da die Parallelen zu den Comics? Wie nah ist denn die Animationsserie an den Comics dann gewesen? An den damaligen schon hart. Also die Kostüme waren sehr ähnlich. Stellenweise dann auch mal gleich. Es gab ja dann auch noch Comics zur Serie damals. Aber ich glaube, das Team, das sie da benutzen, gab es in dieser Konstellation nicht wirklich. Vielleicht mal irgendwo zwischendrin kurz. Aber es war immer so ein, ja, okay, wir nehmen fünf von denen und dann tun wir nochmal mit anders rein. Aber es war, glaube ich, so wirklich mit genau denen auf einmal als Hauptteam gab es halt nur in der Serie. Aber das war cool, weil für mich war das als Kind auch irgendwie das Ding. Also ich weiß gar nicht, ob ich vorher oder hinterher meinen ersten X-Men-Comic in der Hand hatte. Das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Aber es muss auf jeden Fall ungefähr der gleiche Zeitraum gewesen sein. Da war auch Wolverine wichtig und Cyclops und Jean. Es ist halt Kindheit. Wie heißt diese mit diesen Feuerwerk-Elektro-Dingern mit der Brille, wie heißt die nochmal? Jubilee oder sowas? War die in den Comics relevant oder war die eigentlich nur so ein Serien-Ding? Die war tatsächlich auch relevant, aber später erst wirklich relevant. Also es gab ja, oder es gibt immer noch Dazzler. Die kann nicht einfach so wie Jubilee dieses Feuerwerkzeug machen, aber die kann halt Sound in Licht umwandeln. Also umso lauter es ist, umso krasser kann die Lichtshows machen und Laser rausschießen und sowas. Und ich glaube, die war das Vorbild für Jubilee irgendwie. Also gab es die später in den Comics? Die war also tatsächlich eine extra für die Serie geschaffene Figur. Oh, ob da jetzt eine Überschneidung stattgefunden hat, kann ich dir in wenigen Augenblicken sagen, aber ich weiß es nicht. Ja, alles klar. Na gut, auf jeden Fall, sage ich mal so, habe ich da vor einiger Zeit mitbekommen, dass es jetzt diese Fortsetzung gibt. Ich glaube, damals waren es circa fünf Staffeln. Und jetzt geht es weiter. Ich habe mich schon gefragt, okay, wie macht man das eigentlich, so eine Serie jetzt hier aus den 90ern in die Gegenwart zu holen oder zumindest einem aktuellen Publikum zu präsentieren. Und ich kann nicht genau sagen, was die Ansätze waren, die gewählt worden sind. Und habe mich so ein bisschen so halb drauf gefreut. Du hast gemeint, du hast vorher keine großen Details zur Serie gehabt, oder? Nee, gar nicht. Ich wusste, ich habe Bilder davon gesehen und wusste, sie kommt im März raus und das ist ein großes und ganz anderes. Wir haben jetzt die ersten drei Episoden dieser neuen Staffel ja letztlich gesehen, denn es ist schon auch inhaltlich eine Fortsetzung von dem, was wir in den 90ern zu sehen bekommen haben. Und jede Episode ging so circa 50 Minuten, glaube ich. Und setzt, wie gesagt, storytechnisch an diesen ersten fünf Staffeln an. Und scheinbar, ich weiß das auch nicht mehr so genau, war am Ende von Staffel 5 Xavier tot. Der Dr. X war tot. Stimmt das? Oder habe ich das irgendwie falsch zusammengebastelt? Das hat mich auch gewundert. Ich glaube aber tatsächlich, dass er am Ende irgendwie, es war so ein offener Tod irgendwie. Ich glaube, es wurde nie... Das wurde nicht gezeigt. Aber ich habe mich auch jetzt während dem Gucken, habe ich gedacht so, shit, war der tot? Oder war er irgendwie... Weil er war zwischenzeitlich, war er ja im Weltall. Das war ja, also in den Comics haben sie da gedacht, er wäre tot. Aber in Wirklichkeit war er einfach nur fort. Und dachte, ah, ist besser so, wenn die denken, ich bin tot. Aber ob er jetzt am Ende von der Serie gestorben ist, hat mich jetzt gerade beim Gucken... Aber ich habe doch erst letztes Jahr geguckt, das gibt es doch nicht. Wenn ihr jetzt die ersten beiden Folgen guckt, dann werdet ihr auf jeden Fall merken, okay, ist scheinbar nicht mehr da, scheinbar. Haben die meisten auch die Trauerphase so halbwegs schon hinter sich. Und hier der Typ, der aus den Augen Lasern schießen kann, ist jetzt so eine Art halt Anführer. Cyclops, danke. Und ersetzt ihn irgendwie auch und so. Ja, also was man zu den Storygeschichten letztlich sagen kann, vielleicht müssen wir auch gar nicht so umfassend auf die einzelnen Inhalte der Episoden eingehen. Zum einen setzen und wie gesagt inhaltlich an und verfolgt scheinbar, würde ich jetzt vermuten, nach den ersten drei Episoden eine lange Story. Also es baut schon irgendwie alles so ein bisschen aufeinander auf und ich habe auch so eine Ahnung, in welche Richtung alles gehen kann. Hashtag Cable. Aber zum anderen haben wir natürlich auch pro Episode, also wirklich so einfach Handlung. Und da scheint man sich von der Story her auch ein Stück weit an Arcs zu orientieren, die es in den X-Men-Comics gegeben hat. Ich habe dann wirklich mal ein bisschen gelesen, weil ich einzelne Dinge mal genauer wissen wollte. Gerade die dritte Episode setzt schon doch einiges, also nicht voraus, aber bringt so einen Twist daher, mit dem ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hatte und setzt dann plötzlich auch neue Namen ins Licht. Das habe ich mal ein bisschen gegoogelt und mir scheint so, als wären das Dinge, die auch eine Comic-Vorlage haben. Kannst du das so in der Form bestätigen? Was für Eindrücke hast du von den Story-Elementen? Ja, also ich fand es erstmal ganz cool, dass es scheinbar wirklich einen großen roten Faden gibt, der sich durchzieht, aber dass dann trotzdem jede Folge irgendwie was abhandelt. Aber ich finde es auch geil, dass die da so richtig durchfeuern. Also man hat nicht irgendwie drei Folgen lang langsames Pacing irgendwie, sondern die bringen in einer Folge quasi einen ganzen Story-Arc unter. Weil das sind bisher alles. Also die erste Folge hat sich ja im Großen und Ganzen, war ja mehr so zum Einstimmen und zum Setting schaffen mit Magneto und was mit dem so los ist. Das war ja schon, wir können das ja ein bisschen anreißen, das war ja letztlich dieses bekannte X-Men-Thema. Menschen versus X-Men, oder? Das war doch die erste Folge. Ja, wobei, also ich meine, hier ist ja schon ganz, da sind sie jetzt nach dem Ende der alten Serie, sind die X-Men ja ein Ticken beliebter, außer halt Magneto, als sie eigentlich sonst sind, oder als sie aktuell gerade in den Comics sind. Und das ist alles eigentlich was, was sich über die Jahre entwickelt hat, wie die Beziehung zwischen Magneto und den X-Men so sich entwickelt, ist halt hier in einer Folge erstmal runtergebrochen. Klar wird es wahrscheinlich noch auch schon abgeben, aber die gibt es ja immer. Ab der zweiten Folge hat sich das ja alles dann wirklich in einzelne Story-Arcs entwickelt. Und die haben sie halt in einem, finde ich, in einem geilen Pacing irgendwie vorangetrieben. Da gibt es keine Langeweile, da werden auch ein Stück weit tolle Action-Szenen präsentiert. Denn wenn ich zwei Anpassungen wirklich mal erwähnen muss, und ich habe, wie gesagt, die alte Folgeserie nicht mehr so ganz im Kopf, ist zum einen einfach so, dass das kurzweilig erzählt wird. Und Action-Lastig natürlich auch, aber immer irgendwie auch mit einer gewissen Charaktertiefe. Also die Charaktere, die wir hier, die Figuren, die wir hier in den drei Episoden sehen, die kriegen allesamt, halbwegs zumindest, genug Zeit zum Scheinen. Haben alle ihre Momente, haben alle ihre Entwicklungen, haben ihre Überraschungen zu bieten. Und das Ganze wird dann noch gekrönt mit eigentlich ganz geiler Team-Action, wie ich finde. Also sie ist relativ gute Interaktion zwischen den Figuren, wie sie dann mal gegen so einen Sentinel zum Beispiel kämpfen, was man da machen muss. Keine Ahnung, jetzt mal ein Beispiel. Gambit lädt die Krallen auf von Wolverine, damit dessen Krallen so ein bisschen halt noch krasser sind, als sie eh schon sind, um da halt so durch so einen Sentinel durchzuschnitzen. Also ich muss sagen, das gefällt mir, das wirkt nicht altbacken, das sieht nur so aus und das soll es auch. Aber von der reinen Erzählung her, ist es schon ganz cool, das alles zu sehen, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und du hast recht, es wirkt ein bisschen altbacken, aber das Recht soll es ja auch sein. Sieht ja genauso aus im Großen und Ganzen wie die alte Serie, nur ein bisschen mit weniger Fehlern halt und mit ein bisschen flüssigerer Animation. Aber ich fand, in der dritten Folge haben sie mit der Animation richtig hochgefahren. Die hat so gut ausgesehen. Da waren viele schöne Sachen dabei. Ich muss mir jetzt schwer tun, es konkret zu benennen. Finde allerdings, dass man dadurch, dass man diesen Schritt gewagt hat oder das einfach so stilistisch wieder voll und ganz an die ursprüngliche Serie heranzusetzen, weil es ist wirklich letztlich einfach die sechste Staffel, machen wir uns nichts vor. Es gibt schon diese, also die Animation lässt auch Ruckler zu. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Ruckler halt gewollt sind. Weil machen wir uns nichts vor, wenn wir uns modernere Animationen von Marvel Animations angucken, also konkret What If, die What If Serie, die ja sehr anders daherkommt, viel moderner, andere Figuren, viel flüssiger auch daherkommt und so. Hier sind Ruckler drin, aber ich glaube, das soll ein Teil des nostalgischen Gefühls einfach sein, das vermittelt wird. Und das ist so, das ist nicht hundertprozentig rund, aber das sollte sein. So ein bisschen wie bei so Stop-Motion-Filmen von Artman oder so. Das gehört irgendwie dazu. Ich glaube, das war Absicht. Ja, ich glaube, also ich glaube, das ist einfach mit der Intention, du kannst dich jetzt hinhocken und kannst einfach alle sechs Staffeln am Stück gucken und hast nicht zwischendrin diesen, wow, was ist denn hier passiert? Hm. Also nicht wie irgendwie, du kannst quasi Star Wars Episode 4 bis 6 gucken und dann mit 7 weitermachen, da siehst du ja einen harten Unterschied. Weißt du was, oder? Ja, durchaus. Das wollten sie hier wahrscheinlich irgendwie vermeiden, aber ich finde es trotzdem, es ist gut gelöst, dass es quasi nach Intention aussieht, dass man sehen kann, dass es trotzdem gut gemacht ist und wie gesagt, in der dritten Folge diese Sache, diese Illusionsdinger, das war, das war crazy, das war richtig gut. War auch so ein bisschen Sexy Time, Sexy Time ist bei den X-Men ja nicht ganz unüblich, auch wenn wir uns Emma Frost und sowas angucken. Ich habe dann mal geschaut, ich will nicht zu sehr darauf eingehen, welche Figur da sexy dargestellt wird, zumindest mehr oder weniger, aber in den Comics und vor allem in den Fanarts ist es schon noch ein ganzes Stück expliziter. Das hier ist dann schon, also da gibt es an den richtigen Stellen schon noch das Stückchen Stoff, das da auf jeden Fall hingehört. Aber es ist, also da gibt es halt, keine Ahnung, das sind schwarze enge Klamotten, sieht ganz gut aus für so eine Animationsserie, wie ich finde. Ja, finde ich auch, hat ansprechend ausgesehen, sieht auch genauso, also es ist alles sehr getreu auch, also genau so werden diese Charaktere eigentlich immer dargestellt, vor allem der, auf den du gerade ansprichst, sieht im Prinzip immer so aus. Die hat mittlerweile sogar in den Comics noch weniger Klamotten an. Bevor wir vielleicht noch jeweils zum Abschluss uns vielleicht mal so eine Lieblingsszene rausfischen oder ein Lieblingsmoment, den du dir gerne noch überlegen kannst. Eine konkrete Frage nochmal zu Magneto. Wir sehen Magneto ja hier auch ohne seinen Helm. Haben wir den in den alten Staffeln auch mal ohne seinen Helm gesehen? Ja, es ist passiert, also der hat ihn auch mal abgehabt, aber nie so auf, wegen diesem auf Vertrauensbasis-Ding. Also ich glaube, er wurde ihm schon das eine oder andere Mal geklaut und er hat ihn auch mal abgesetzt, irgendwie, wenn er sich sicher gefühlt hat, dass ihm nichts passieren kann. Aber so wie hier, das ist eine Entwicklung, die sich halt in den Comics hinzieht und die war in der Serie jetzt gut dargestellt. Es wurde halt ein bisschen forciert, nenne ich es mal, weil du musst ja, du kannst jetzt nicht irgendwie Wochen, Monate, Jahre lang Gründe aufbauen, warum er denn tut, was er tut. Deshalb klang das im ersten Moment mal so ein bisschen so, ah, okay, das geht jetzt aber schnell. Aber musst du hinnehmen, kann ich auch, fand ich gut gelöst. Ja, erfüllt einfach seinen Zweck. Da wurde in der ursprünglichen Serie auch nicht unnötig lang erklärt, wenn man zu Punkt kommen wollte und hier scheinbar ja auch ein Publikum anspricht, das wahrscheinlich so circa zwölf sein dürfte oder ab zwölf kann man dieser, glaube ich, ruhigen Gewissens empfehlen. Hier ist nicht zu viel krasse Gewalt, das ist eine coole Version von Gewalt. Es hat diese Marvel-Gewalt, die halt vor allem erstmal cool aussehen und gar nicht krass brutal ist und ist auch nicht übersexualisiert hier irgendwas. Also nicht mehr, als man es erwarten würde. Ja. Ich möchte eine Szene, danach kannst du gerne noch eine Szene raussuchen, die dir vielleicht besonders gefallen hat, mal ein bisschen betonen, einfach weil hier viele Sachen drin sind, die mir gefallen haben. Das ist insgesamt eine Szene in einem Club. Unsere Figuren gehen alle in den Club und da gibt es relativ Interaktionen, viel Interaktion zwischen den Figuren. Zum einen ein Wolverine, der sich mit einer anderen Figur unterhält und feststellt, oh, hier, Gene, ist doch Gene, die Rothaarige, Gene heißt sie. Ja. Die wird vermutlich, weil die ist gerade schwanger und vermutlich wird die gehen, vermutlich wird die nicht mehr Teil der X-Men sein, die wird vermutlich mit Scott zusammen abhauen und das Kind irgendwie irgendwo anders aufziehen wollen und so und er mag sie ja schon auch ganz gern, das kommt hier gut durch und diese Realisierung davon, dass die jetzt halt gehen werden und die X-Men sich neu finden oder umorientieren müssen, das fand ich insgesamt eine tolle Szene und wird dann noch gekrönt durch eine Tanzszene ja auch in diesem Club von Jubilee, die halt, das sieht einfach cool animiert aus. Also ich meine, die zieht dann ihre Brille auf, macht ihre Effektfeuerwerke und dann hält sie die Hände über den Kopf und tanzt halt ganz cool und das finde ich, das sah einfach ganz fluffig aus, fand ich, für so eine, ja, einfach so eine Serie, das war irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube süß der richtige Begriff ist, aber mir hat das gefallen. Gibt es denn eine Szene, die dir spontan einfällt, wo du denkst, oh, da müssten wir auf jeden Fall noch mal ein paar Worte zu verlieren? Ja, ich muss leider wieder auf der gleichen Szene rumreiten, die ich jetzt schon zweimal erwähnt habe und die ich aber immer noch nicht spoilern will. Diese, dieser Trip, einfach dieser, diese, ich will es nicht Illusionen an, Traumwelten, kannst du uns erzählen, so Traumwelten, Illusionen, so in die Richtung geht es ja. Ja, es war halt ein bisschen echter als Traumwelten, aber in der dritten Folge halt einfach dieses, wo alles so trippy ist und irgendwie Dinge schmelzen und Gesichter sich irgendwie komisch falsch drehen, das hat so harte Horrorfilm-Vibes gegeben. Aber es war halt, also es war jetzt nicht gruselig, aber es hat halt wirklich, wenn man das ein bisschen krasser gemacht hätte, dann wäre es in der Animationsserie für zwei falsch. Aber es war wirklich gut, es war wirklich, ich fand die Farben und die, die Bewegungen waren top. Dritte Folge hat mich echt gecatcht. Es waren viele tolle Sachen drin, liebes Publikum, wenn ihr die ersten zwei Folgen jetzt demnächst gesehen haben werdet, am 20.03. oder dann irgendwann auch die dritte und mehr Folgen, dann gebt gern mal Bescheid, was euch besonders gefallen hat. Also ich sehe hier auch, wenn ich so drüber fliege, wer hier synchronisiert hat, ich will mich da nicht festlegen und diese Information ist jetzt rein spekulativ, aber ich wäre nicht überrascht, wenn das dieselben Leute sind, die auch schon ursprünglich diese Figuren synchronisiert haben. Und ich würde da jetzt aktuell auch fast von ausgehen, weil so vom Alter der Synchronsprechenden wäre das zumindest sehr gut möglich. Du hast die fünf, die anderen Staffeln ja vorher gesehen. Hast du bei den Synchronsprechern irgendwas aufgefallen? Ich habe letztes Jahr habe ich es halt auf Deutsch geguckt. Insofern, okay, verstehe. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann dir gar nicht mehr sagen, aber ich würde, glaube ich, die original eigentlich mit Synchronsprechenden Stimmen gar nicht erkennen. Okay, prima. Dann ist von unserer Seite der Moment gekommen, wo wir ein kurzes Fazit ziehen. Als Gelegenheitscomic-Fan kann man das auf jeden Fall gucken. Als Mega-Nerd kann man das auch auf jeden Fall gucken. Ich habe im Internet schon so Vergleichsbilder gefunden. Keine Ahnung, Scott trinkt aus derselben Tasse, aus der er schon getrunken hat, in einer der alten Staffeln und so. Also das ist, glaube ich, scheinbar auch ein bisschen Fanservice drin für echte Nerds. Ich bin ganz zufrieden und ich freue mich tatsächlich auch auf die folgenden Ausgaben, die dann noch kommen werden. Gerade deswegen muss man vielleicht aber auch erwähnen, dass es hier ja Probleme auch gab mit dem Showrunner. Der Showrunner Bebue de Mayo oder so, der ist nicht mehr Teil der Produktionen. Der hat die komplette, das Showrunner der kompletten, wenn man so will, ersten Staffel von X-Men 97, aber wird für die zweite Staffel vermutlich nicht mehr mit dabei sein. Und ich bin doch sehr gespannt, welche Auswirkungen das auf die Qualität und vor allem auch die Story, der dieser Serie haben wird, wo ich mich doch sehr freuen würde, wenn es eine weitere Staffel geben würde. Ich bin gespannt, was wir noch verfolgen, auf uns zukommen. Jo, Daumen nach oben von meiner Seite aus. Wie sieht es bei dir aus, Christopher? Also, ich freue mich auch drauf, wie es weitergeht. Ich kann man auf jeden Fall nur empfehlen. Wenn man auf die alten X-Men steht, ist es cool. Und wenn man auf die neuen ganzen Animationsserien steht, ist es irgendwie auch cool. Mhm. Mega. Ja, dann würde ich sagen, wir haben es gepackt. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und deine Besprechung. Gibt es irgendwelche Sachen im Internet, wo man dich finden kann oder sollte? Oder bist du wohl ein anonymer Internet-Nomade? Mich findest du, wenn du in Mannheim in unseren Laden gehst, in der Paper Street Comic Company. Ach ja. Ich habe einen Comic-Laden, deshalb kann ich mir das leisten, dass ich so viele Comics da habe. Verstehe. Ja, dann müssen wir nachher nochmal quatschen. Alles klar. Cool. Machen wir. Liebes Publikum, ich freue mich auf euer Feedback. Ihr findet uns unter tele-stammtisch.de auf allen relevanten Social-Media-Plattformen. und ihr könnt auch gerne Feedback hinterlassen auf zum Beispiel YouTube, auf keine Ahnung, wo kann man noch so auf unserem Blog zum Beispiel, wie gesagt, tele-stammtisch.de, da gibt es immer Beiträge zu den Episoden und natürlich auch, wäre es voll toll, wenn ihr uns bewerten wollen würdet, auf Apple Podcast, auf Spotify und sonst wo, wo man eben Podcasts bewerten kann. Wäre richtig schön. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.